Willkommen Willkommen zu The Mighty Quest for Epic Loot mit mir Peterboss von Kruity und einem von euch! I am... I am... I am... I am... I am... I am... I am Viper? I am a Viper? I am a Viper? I am a Viper? I don't know. I am sorry. Ähm... Mit dem Magier. Und ich wollte den Skill austauschen. Warum kann ich mir eigentlich überhaupt nichts mehr? Ich kann mir nichts über zwei Minuten merken! Das ist furchtbar! So, was hängt da dran? Okay. Damit kann ich leben. Damit wiederum nicht zu sehr. Nein! Gottverdammt nochmal! Gerade macht er sein Schild aus sich. Das hier ist... Ich finde eine fiese Ecke. Ähm... Es würde mich interessieren, wie jemand... Auf Level 19 hier durchkommt. Schwieriger Raum. Immer zu viel Platz für alles. Robo-Shield-Otron mit dem Heiler ist so gut nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe es bisher noch nicht oft sinnvoll gesehen, weil... So viel hält er nicht aus. Wenn, dann würde ich ihn, ähm, mit dem... Mit der Shield Wall nehmen. Weil... Ähm... Da ist er zwischendrin immer noch immun. Und hält deutlich länger. Auf der anderen Seite sind natürlich dann die, ähm... Die... Heiler verwundbar. Ist auch klar. Ah, ernsthaft... Ne, du hast... Du hast nicht ernsthaft... Einen Heiler an einen Scorpio gepackt. Äh... So. Tschüss, Scorpio. Und du natürlich nicht, weil... Äh... Furchtbar. Diese Viecher ist... Ups... So. Brenn. Da oben kommt der Scorpio, vor dem ich jetzt so viel Angst ehrlich gesagt nicht habe, weil das ein Kick-Scorpio ist. Wo jetzt natürlich mal wieder die Autoattacke in meinem Weg war. Das ist der Standardangriff. F... Furchtbar. Äh... Uh... Drüber Sliden... Da umgeht... Nein... Was? Wie? Oh... Warum machen das alle mit diesem verdammten Raum? Was pull ich da? Ah... Ah... Kann das sein, dass du hier auf Zeit spielst? Ist das im Bereich des Möglichen? Spielt da jemand auf Zeit? Hm? Hm? Sei ehrlich? Weil die Kombinationen hier sind alle rein zeitintensiv. Ist nix tödliches dabei. Alles nur... Ein Spiel auf Zeit. Okay. Das... Ist grenzwertig tödlich. Nicht so richtig eigentlich. Es sei denn, man läuft da rein. Was ich selbstverständlich... Leidenschaftlich gerne tue. Und das hier ist doch wieder nur ein irreführender verdammter Kleberaum, oder? Das ist doch nur dafür da, dass ich da drin festklebe. Oh Gott, ich hasse es. Wahrscheinlich ging es doch da oben lang. Durch die Klebefallen, selbstverständlich. Oh, ganz ehrlich, ich finde sowas so furchtbar. Ich möchte auch was von meinen Replays haben. Ganz einfach. Also, wenn ich jetzt jemanden besiege, dann will ich nicht einfach nur zusehen, wie die... wie die halt da durchlaufen und... den Timer nicht schlagen können. Sondern dann will ich halt auch sehen, wie die fallen gegen meine... mehr oder weniger intelligenten Verteidigungen. Ne? Das muss dann schon drin sein. Also, dieses ewige... Hier! Noch eine Gruppe, die unendlich viel aushält. Und noch eine Gruppe, die dich einfach nur nervt und ansonsten absolut gar nichts tut. Hier! Noch mehr davon. Come on. Ernsthaft, Leute. Ich meine auf der anderen Seite, klar, solange es eine valide Strategie ist, sollen wir machen. Man kann es benutzen. Steht euch frei. Ich finde es sehr schade. Oh, ganz persönlich. So... So, was pullen wir hier? Ah, der Versuch, Schaden zu machen. Glaube ich. Wieder ein unendlich nerviger Durchhendotron. Immerhin stackst du nicht mit Scorpios. Also, das wäre, glaube ich, so der nächste Punkt, wo ich, denke ich, rausgehen würde. Scorpio-Stacking ist inakzeptabel. Gut, was gibt dein Bossraum hier? Minen. Ah, wo ist denn der verdammte Dr. Skull? Wo ist er denn? Ach, der hängt am Defendotron. Selbstverständlich hängt der am Defendotron. Warum auch nicht, nicht wahr? Alles andere wäre ja amüsant womöglich. Au. Und da muss ich einen Trank nehmen, weil ich nicht gesehen habe, dass Seke den Weg zu mir gefunden hat. Jetzt habe ich es gesehen und ich versuche davon zu kommen. Danke Minen. Was? Ach, komm, ernsthaft? Gut, immerhin die Bossraumkombination ist relativ tödlich. Speziell gegen Jäger. Also, ganz ehrlich, gegen den Dr. Skull mit einem, ähm, mit einem Robo-Schildotron. Ich habe keine Chance. Ich weiß nicht genau, was ich da falsch mache, aber ich kriege es nicht hin. Duno. So. Begeistert hat es mich nicht. Wirklich nicht. Es war nicht besonders originell. Immer wieder dasselbe. Alles nur darum ausgelegt, den Timer zu besiegen, bis auf die Endgruppe, die tatsächlich einen Kill hinlegen kann. Also, hm. Das hier ist aber Folge 85. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, ein Like da lassen. Wer was dazu zu sagen hat, einfach ein Kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ganz gut. Thanks, terms team